auf vanilleeis mit erdbeeren ich wollte schon sagen sag nicht dass du schon wieder hunger hast ich hab aber auch hunger ich darf das wir haben schon wieder fast anderthalb stunden what the fuck ja du weißt doch das schnell ja wenn man so beschäftigt ist dann geht das auf jeden fall relativ schnell ja okay wir wollten auch schon vor drei stunden aufnehmen nur die welt hat probleme gemacht und ich konnte nicht geladen werden musste ich die jetzt mal runter nehmen vom server von mir starten dann hat er die repariert und dann konnte ich die jetzt mal wieder hochladen ja mein gott und das hat auch noch mal viertel stunden oder so gedauert die hochzuladen das machst du schon du kannst du bist ein pokker vor allem der der einfach rauf wird zum starten wo ich gerade dazu gegangen war nein ich will spielen ich will anwilder im in den spiel leider spinne ich bin kein spieler ich bin ein bisschen verrückt ich bin ein bisschen ja fast was ich jetzt mal ganz kurz machen werd weil mir einen ganzen kurzen cut reinhauen warum Meine Aufnahme läuft auch wieder Hoffentlich hast du das Geschrei mit aufgenommen Ja und das Geschrei ist noch drauf Scheiß Kübra ich hörte auf einmal nur zischen hinter mir Dieses blöde Wichsviech Lapis Ich hab nämlich auch gewartet so lange bis keiner was gesagt hat Und dann hab ich eben kurz gedrückt Ja guck mal so freundlich war ich hab gewartet dass du dann neu machen kannst Hab ich extra nichts gesagt danach Weil... naja... Jun das Lava ist gut Dieses Asynchron was ich hier ein bisschen bei mir hab Und ich weiß nicht ob das schon weg ist deswegen hab ich jetzt einfach die Card reingehaut Okay du hast ja auch dieses Problem wenn du zu lange aufnimmst Naja... Aber erst nach anderthalb Stunden ungefähr ist das... Ach ich nehm ja auch durch Romphysky Night war ich da auch über ne Stunde aufgenommen hatte schon Aber fällt das denn so krass auf das Asynchron? Ja gut bei den Zauns von Minecraft eher ne? Äh... Ja vom Sprechen her doch nicht Naja bei den Zaun von Minecraft aber das fällt extrem auf Ja gut bei Minecraft aber wär jetzt sehr gut hätt's jetzt ne Fratzencam wieder ne? Wird's ja auch auffallen Wieso weil man die separat aufnimmt? Fratzencam! Fratzencam! Kann man auch anpassen Könnt du wohl wieder ne Fratzencam reinmachen? Nö Warum nicht? Warum man jetzt bei mir ne blaue Wand hinten dran sieht Warum ist denn ne... In der Masse halt ein... In der Masse halt ein Blue Screen Ich hab den Green Screen abgenommen erstmal Geh weg du Onhold der Natur! Du grünes Etwas! Du schimmliger Pilz! Hier geht's vor nicht weiter Lock Yeah yeah! Kohle! Was war das jetzt? Oh fast 3-Sexy! Yeah! Yeah! Keine fucking mehr! Noch mehr Kohle! Machen wir nochmal Soviel Ich will jetzt soviel Zack Zack Ich frag mich auch Bei den Rezepten ist da soviel Salz dabei Aber wenn man kein Salz mehr unter den Oder unter der Erde findet Wie macht man das sonst? Wo ist er nicht? Ah! Ein Pott und ein frisches Und ein was? Ich wollt grad sagen Ich glaub du kannst das irgendwie herstellen Ja Geht weg ihr Unholde! Ja 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 Weißt du dass irgendwie sowas kommt Das mach ich erst mal und dann grau ich mich hier in der Schlucht weiter runter So Bam 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 Oh nein! Cool! Bam 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 Ich hab keine Workbench Hab ich denn Holz mit? So Dann wollen wir mal hoch Ähm Ich mach mal hier den Weg eher So Äh Äh Wie ist Licht aus? Egal So Keine Abkürzung Och keine Spitzhacke mehr Nicht euer Ernst Hab ich da wenigstens Holz mit? Nein Okay doch Nein Ich muss leider einen Jungle Wood vernichten Egal So War auch nicht schlecht Die Sonnenmine endet in der Schlucht Die Sonnenmine endet in der Schlucht Na schön und es ist dunkel Auch Heißskelett Autsch 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 Tintint Wann ist das jetzt dunkel? Weil es dunkel ist draußen Mhm Ein Zombie ist an der Tür Kommen sie rein Kommen sie rein Dann werden sie geschlachtet Wollt er sich bestimmt Einer tot kommt der nächste Ja Ist ja nix neues Wie wieder Pest Viecher Komm rein Wirds auch sterben ne? Binden Muss eigentlich die Felder eigentlich ganz gut gewachsen sein ne? In der Zeit oder? Neunlich Ja es geht Ja es geht Gut gehen Die Gen tun sie jetzt nicht ne aber Ah Du grünes Unhold der Pfff Du hast immer die Probleme irgendwie ne? Ahhhh Warum musst du essen? Äh Autsch Ja wo kommen auch die ganzen Grieber mehr her? Die scheiß Viecher Och nö Ey von Mine in Mine in Mine in Mine Ja ne? Bin ich hier meine oder wat? Die Skelette die nach vorne gucken Aber nach hinten schießen ne? Ja das sind halt Heckskelette Autsch Die haben halt Hecks an Derb Ich bin gleich eher tot Och geht doch Schade Hab noch überlebt Geh doch schnell ins Haus Da kann nicht niemand Da könnte man eigentlich die Betten reinstellen Ich wollt Mir grad Essen auf die Kiste nehmen Ha das Schlimme ist Du kannst ja nicht schlafen Weil ich kein Bett mit hab Ja Weiß Weiter Doofkopf Das macht doch nix Muss man halt mal mit leben Ich werde jetzt doch nicht disconnecten Das ist ja unfair Ach ja Die Welt läuft auch weit auf Wenn nicht alle schlafen Okay? Heißt ja nicht Okay alle müssen um 22 Uhr Automatisches Bett Damit die Zeit schneller rum geht Der labert wieder scheiße echt Ja Hallo Einfach möchte ein reales Spiel sein Naja Ich bin überlegen schon hier Eisen zu werden Was ist denn hier noch? Okay Mix it, sell it Da im Zug Du Scheiße Stimmt ja Oh mein Gott ich sehe was Das ergibt so viel Uhhh Das ergibt so viel Uhhh Das ergibt so viel Kannst du irgendwie egal Table Öl machen Daraus kann ich auch Stock machen Bringt das hier eigentlich Aha Da kannst du vieles machen Hm ich weiß Hab ich schon gemerkt Und dafür brauchen wir erstmal diesen Pott Also du musst auf dem Pott Iiii Amel Okay Portilia Tartilia Tartilia Wie viel bringt das? Okay Du musst auf dem Pott Du? Du? Ne Du? Ne Ähm Wie heißen denn nochmal? Palms Na ja Arms Ach Geht doch nicht Okay Äh Wo haben wir das Ding denn? Wo Naja du musst palmen Glaub ich palmen Und dann so ein Apostrophe ist das glaube ich Gib mir nur palmen ein Ne ne ich hab was anderes gerade gesucht Jetzt kommt's Hm Im Text tun Fehler Ah Nein Ah Gibt's Ja Glaubst du auf Flash gestorben Auf einmal kam Gribble von oben Bist aber Burn to dead Ja ich bin schnell Ja ja ich bin aber nicht im Lava gestorben Ich bin ja rausgekommen Hinter dir Zombie Mach ihn weg bitte Mach ihn bitte weg Ciao Lass schlafen kosten Hoooo Ich hab gesagt die spawnen noch gar nicht Also Ja stimmt das ist ein Grab Ein Grabstein Ist ja besser so Ein Grabstein Mhm Ein Grabfestein Oh die sind aber schon Äh gehen eigentlich ne Eigentlich schon ganz gut Der hätte gleich die Felder nochmal Sooo dann haben wir Ah Cutting jetzt So schnell nach unten Ich kann das auch Wie viel bringen die Weil da waren nämlich grad Dias Dias waren da Ok Aber ich weiß den Weg nicht mehr Jetzt so machen So können wir Stuck machen So können wir Stuck machen Oh das war ein bisschen viel Dann können wir auch So und so Nicht Ähm War das jetzt So können wir dann den Weg Oder Ich glaube dann den Weg hier Ähm Nee den nicht Der Samer Was ist den Salat Es haben wir Finat das Das Baking und so ein Snack bringt eine Hungerkolle. Kokumbeer-Soup bringt zwei Kollen, dafür brauchen wir aber noch Tofu oder so. Ja mit der komischen Tofu-Presse da. Ach da, so war das, stimmt ja. Snack-Soup oder Mixed Salat, das bringt zweieinhalb und Mixed Salat mit Kokumba oder Soombeer, ich weiß gar nicht, das ist Gurken, ne, das sind keine Gurken. Salat-Dressing und diese Cutting bringt zweieinhalb, okay, Salat-Dressing. Ist Salz, den haben wir, Venetia und Cooking-Öl halt, oder vegetarisches Öl, das können wir auch herstellen, das ist ganz einfach. Wie macht man denn, ähm, Benet-Carp-Schoes? Grape. Grape haben wir noch nicht. Grape? Hm. Was? Ich hab auch keine zwölf Stücke im Inventar. Ist das ein Ernst? Sieh! Ich hab auch die anderen Nassauern noch im Inventar. Nee, schon wieder! Oh mein Gott. Diesmal nicht mit mir, Gravel! Diesmal nicht! Ähm, hier hab ich Grape. Grape sind Trauben, ich sollte doch ein Taubenfeld anlegen. Was ist das für ein Sound? Sams Band.- Dadadadadadadadadadadadadam- ügsh-mix-it. das generell alles in diesem dressing das bringt generell zweieinhalb hunger coin man kann das auch noch mal wenn man weiß nicht nimmt und mayo da brauchen wir entweder eier oder tofu war das schon gepflanzt soja sprossen ich bin der meinung ja was haben wir denn hier grapejuice ach scheiße soja beans hier sind sie drin die haben wir noch nicht gepflanzt wir du bist hier der landwirtschaft master ja ja schnack nicht könnte halt erst meine sache wieder abreißen was wir auf jeden fall tofu haben ich fresse kein tofu nein um sachen auszumachen deswegen so weg damit so 10 diamanten das ging jetzt schnell ne was in diamanten ja ich habe jetzt gerade ein paar gefunden ich bin ja auch in lava gestorben weil die an der decke hängt vom lavasee wieder ok deswegen habe ich da ein paar gefunden zucchini könnte man ja auch zurzeit halt machen ne das eigentlich lava kann man nämlich gut verbrauchen lava 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 zucchini haben wir halt auch noch nicht klar zucchini müssen wir haben nein radieschen 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 nö na weis ich nicht t lies nö radieschen haben wir noch nicht das ist zucchini fries ok das bringt 4 hunger coole okay das bringt 4 hunger coole petit die zucchiniche steifend und das ist das wo sonst sonst das andere gemacht toll Das Ding bringt eine Kräule immer Chai-Tee Beste Berry-Eistee Bringt eine halbe Halt immer die Sinatra Das halt dann Und dann braucht man das Ah ja, Hühner haben wir ja auch noch nicht Nee, das ist das Problem Ähm Ja Kann ich eh erst mal die Dinger machen dann gleich Dann muss ich mal ein bisschen durchgucken, was man so grundlegend mehr anbauen muss Oder mal ein bisschen Okay, wir brauchen jetzt das und das Wenn ich jetzt hochkomme Was meinst du, warum ich eigentlich alle Alle Dinger anpflanzen will Weil dann haben wir Riesenauswahl an Essen Produktion Eine Pupsauswahl Die müssen ja auch mal pupen Kann ich wohl machen Das stimmt So Und das Zack Dat 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 Tak Nee, das war der Wild mit dem wie komm ich hier nochmal raus hier? ach hier ist der Weg da haben wir Kukumba noch mit Herzfall Somat können wir das auch machen zack zack so damit machen wir den ganzen Stack raus wächst Sachen mit Fertilizer schneller bis die ausgebaut sind? mhm haben wir da noch was von? ja, machen wir noch das haben wir noch soweit alles muss ich gleich mal was ausprobieren ob das funktioniert und ich weiß, ob es gut aussieht sind diese Gartensuppe ach, nur Stackbar wow, mit dem Motion Blue aus der Höhle rauszukommen alter ist das ekelhaft das ist generell ekelhaft ich hab die noch nicht oft getestet oh, Gartensuppes äh, Fertilizer nimm dir welche nimm dir welche von der Gartensuppe genau, Fertilizer wow muss mal eben ein bisschen ich wundere, dass da grad was drin ist muss mal eben ein Platz machen zack 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 frisst du die Gartensuppe grad? nene warum nicht? nein, ich muss mal hier was testen ich hab da noch so es mit gehabt ja, aber die Gartensuppe bringt mehr ja, ich hab noch hier diese ähm mit irgendwelchen komischen kleinen Knollen oder so also ich brauch noch ja, wie gesagt die Gartensuppe bringt oder hast du da irgendwo vorne ein Feld frei wo irgendwo eine Pflanze äh, warte mal ich muss mal da warte mal ich tu mal da den Gartenzoll rein ich muss ja irgendwas ausprobieren so, Fertilizer warte, pflanzt mal da oben nichts an das ist für die Sojaborn hier grad ja, okay, dann nimm das dann nehm ich mal kurz das Feld hier okay ich mach das denn? den Weinberg das hier, wir grad gucken wie das aussieht so, dann brauche ich ja solche Gartenzoll ne damit es ein bisschen besser ist äh Gartenzoll musst du herstellen ja, ich mach jetzt ich mach jetzt 41 ich mach jetzt 64 Stück aber mach das schön, ne? immer naja, jetzt wird's wieder dunkel passt doch passt doch, warte mal ich wollte mal gucken hier so, ähm wie viele Pferde brauchen wir noch? ein das sind elf Stück kann ich den brennen dann pflanzen wir den nochmal an so, so dum, dum oh bitte dum, dum, dum dum, dum dum okay ähm ähm ah ms was ne, noch schade den lass sie jetzt mal ne, ich muss noch warte mal was gucken so, ja ja soll man schlafen? jo ups schön, dass wir in die Kiste rein grabbeln ja genau hab's gemerkt zack ähm ups tschüss Skelett ja, jetzt schwimmen auch noch im Wasser genau uuuh uuuh uuh zami komm mal schön mit äh wo mach ich den denn hin, den Berg? hinterm Haus mit Wasser sojaporn, zwei Stück und Zucker plantenmilk paket machen okay okay frage wie macht man jetzt am besten schlau soo soo soja milch komm wir hier und fangen weg weg und palms oder warte mal Tofu knügeligen mhm ist das denn ernst? die Rezepte für Tofu funktionieren nicht also schon aber wenn man aus den Sojasprossen die Sojamilch macht normalerweise könnte man das ja mal sehen normalerweise könnte man das ja mal sehen boah was war das jetzt nochmal da die Presse Presse mhm jetzt richte ich 6 7 8 Eisenbaumen für einen ja hat doch was mhm also ich hab grad nicht genug Eisen dafür wie viel brauchst du? 3 Stück brauche ich noch